Hey meine lieben Freunde, schön dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder auf meingott.net Oh mein Gott! Ja, wir sind auf dem Server hier und wir sind jetzt in der Farmwelt von City Build und ihr könnt heute ein Item finden wieder. Und das packe ich wieder in der Kiste, ein OP-Item und hier Dark Hole. Die könnt ihr heute finden. Und abonniert den Kanal und liked das Video und aktiviert die Glocke, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir werden das heute mal verstecken. So, ich gehe ein von den Portalen rein. So, in einen der Portalen werde ich dann reingehen und das Item verstecken. Ihr müsst halt selber gucken, wo ich das dann versteckt habe. Wir werden das Item hier unten irgendwo verstecken. Merkt euch den Ort? Da unten ist das Portal, da kommt man durch. Und hier unten werden wir irgendwo das Item verstecken. Hier unten. Nicht weiter als das, was ich hier jetzt sehe. So, als die Map. So, hier vorne. So, und ja, ich werde das verstecken und ihr könnt das finden. Viel Spaß beim Finden. Ich werde das in eine Kiste verstecken. Irgendwo auf dem Berg oder halt dahinter oder da im Wasser oder so. Also, ja, und ihr müsst die Kiste finden und viel Spaß dabei. Und vergisst nicht, wir verlosen heute einen Rang auf Instagram und schreibt einen Minecraft-Namen, euer Minecraft-Namen, wenn ihr gewinnen wollt, auf dem Post, den ich heute posten werde. Und viel Spaß.